ich würde sagen kornfeld ist auf jeden fall mal angesagt oder oder gericht danke für der volle und seltsam Danke. Fock mich auf jeden Fall. Wie geht's, wie steht's? Ist hier vielleicht ein Toter? Nein. Hallo? Ich wollte gerade sagen, ah, ah. Ich weiß nicht, dass ich gebe. Hilfe! Ach, da ist ein Pilot, der mich gerade fettet. Achso, nee, das ist kein Pilot, das ist, oder? Ja, bleib da. Der ist da langgelaufen. Ja, 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 genau, genau. Ja. Ja, die Runde... Ich wollte schon sagen, die Runde gewinnen wir, aber... Das ist ja auch mal lieber Kachenbeats. Das Bootzeug ist schon aber vorbei, ne? Ach, Chat, ich hab nächsten Monat Geburtstag, ne? Sollte ich euch schon mal sagen, was ich zu Geburtstag haben möchte? Also haltet auf jeden Fall schon mal Stift und Papier bereit, ja? Leg gleich los. Da ist er schon wieder. Ja, aber hier, das ist gar kein Pilot. So hässliches Ding, möchtest du mir sagen, dass das ein Hit war. Also hätte er jetzt mit seinem... Mit der linken Hand zugeschlagen, hätte ich gesagt... Vollkommen legitim, aber... Was ist das? Wo ist denn? Nooo... Nein, komm mal her, komm mal her, heil mich. Ah. Was? Der hat noch nie richtig Ping-Pong gespielt. Du musst mit Bundle spielen. Ja komm, renn, 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 renn. Du sollst dagegen rennen, du Bastard. Oh mein Gott, ey. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber hier muss ja irgendwo so ein hässiges Protum sein. Mein ich doch. Auch in August Geburtstag, sehr schön. Ah, find ich schön. Aber egal, ähm... Also, Stift, Papier habt ihr schon bereitgelegt? Ja? Ja? Die Liste wird lang. Ah ja, am 26. Ja? Also... Schon mal so für euch, ne? Ah... Möchte... Möchte dieser Killer auch mal jemanden aufhängen? Oder will er nur jemanden schlagen? Ich habe echt das Gefühl, er hittet jemanden. Und ist dann so... Brain AFK, dass er... Keine Ahnung. Ich kann mir das grad nicht zusammenrennen. Der... Der... Der schlägt ne Person? Verliert die vielleicht? Keine Ahnung. Und läuft dann wieder weg. Oder... Oh, sorry. Oder schlägt jemanden? Ignoriert die und rennt wieder weg. Der... Der soll mal auf den Tacho gucken. Also klar. Es sind noch viel Gens zu machen. Aber dennoch. Nein, aber ich will nichts. Für Gottes Willen. Das einzige was ich mir vielleicht... Zum Vorzeug zulegen werde. Oder beziehungsweise von meiner Freundin dann natürlich. Vielleicht einen Moniker. Aber sonst... Ich habe alles was ich brauche. Ja. So. Bitte sei an. Echt? Echt? Ich dachte wirklich diese zwei... Schränke die man dort hat. Ich dachte... Oh. Ich dachte... Die stehen nur dort wenn... Dredge da ist. Oh. Oioioioi. Mach ich hier halt weiter, ne? Das... Das meine ich. Der hittet und haut wieder ab. Aber warum? Versucht er das Thonaphobia... Irgendwie ein bisschen reinhaut oder so? Nö. Ah ja, und Mini, kein Safecare mitnehmen wir, ja? Nimm mir lieber das Totem mit. Ja, da renne ich jetzt auch einfach erstmal hin. Ja, aber Safecare brauchst du gar nicht mehr mitnehmen. Das ist der große Scheiß überhaupt jetzt. Das hier halte ich schneller. Safecare dauert jetzt, keine Ahnung, doppelt so lange wie das. Gefühl. Bisschen mehr. Bisschen mehr als die Hefte. Weil jetzt, äh, anstatt 50% äh, ich glaub das war auch 50. Nur noch 35%. Also das heißt mit so nem Totem kannst du auf jeden Fall mehr erreichen. Und somit können sich halt die anderen Survivor auch nochmal hin, weißt du? Oh. Oh mein Gott Ich bin hier Er hat nicht zugeschlagen Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Nein Nein Okay Ich bin hier Ich bin hier Mini warst du gestern Echt im Stream dabei Ich bin mir da grad so ein bisschen unsicher Guck mal rechts Weißt du der hat geliehene Zeit dabei Wahrscheinlich nicht Okay doch der hat geliehene Zeit dabei Weil ich hier 10 Sekunden Äh Safe Safe bin Aber Ich denke mir Wofür WC mitnehmen Weil Du hast das automatisch 5 Sekunden Wenn du vom Haken geholt wirst Plus nen Boost Also Ich weiß nicht ob da Borrowtime noch irgendetwas bringt Also großartig Also ich nehm es nicht mit Ich wüsste nicht wofür Geil Oh la 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 Und die Jen das da auch so wie er ist Warum Was ist das? Oh So. Nein, 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 er muss zuerst... Oh my fucking god. Nein, nein. Oh my god, du bist so dumm. Ja, ich... Ah, ich hasse... Ich hasse dumme Menschen. Ja, ist mir scheißegal, meinetwegen können die jetzt sterben. Hm, was... Also, ich weiß halt nicht, ob die das gefixt haben oder nicht, aber auf jeden Fall... Ja, der wird da... Wenn er da jetzt hinläuft, ne? Wenn alle drei auf dem Bowl liegen, lache ich mir ab. Tschüss. Oh boy. Ja. Boah. Ciao. Wenn du kein D-Strike hast, seid ihr alle tot. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020